...einer Form von malignem Narzissmus. Wüsste er, dass wir ihn jetzt gerade beobachten, würde ihn das freuen. Unsere Aufgabe besteht in der Beurteilung seiner psychischen Verfassung und seines Gefährdungspotenzials. Sergio ist überdurchschnittlich intelligent. Sein IQ liegt bei 154. Seine Mutter, Blanca Polo, war Psychiaterin. Als sie die Hochbegabung ihres Sohnes erkannte, konzentrierte sie sich ganz auf seine Bildung. Aber schon nach kurzer Zeit gab es Probleme. Sergios Lernerfolge gingen einher mit einer zunehmenden emotionalen Abkapselung von seiner Familie. Und vor sechs Jahren wurde er dann schließlich der Balkonmörder und hörte auf zu sprechen. Seit dem Tod seiner Eltern sagt er kein Wort. Weder beim Prozess, noch mit seinen Sozialarbeitern und auch sonst kaum jemandem. Untertitelung des ZDF für funk, 2017